ich spreche ein bisschen deutsch ich praktisch mein deutsch ein bisschen ich mein deutsch ist nicht so schlecht ich finde dass ich nicht das nicht ich google translate glauben nehmen helfen es ist nicht so schlecht dass ich muss ein google translate benutzen ich deutsch sprechen können mit meiner Kopf nur meine Kopf ich mein russisch ist nicht so gut aber mein deutsch ist nicht so schlecht ich die deutsche grammatik ist schwierig für mich es ist gleich englisch und ich nicht verstanden was was ich soll tun auf deutsch grammatik mein deutsch ist mit mein englisch grammatik und ich kann ich nicht können ich nicht gut sprechen deutsch sprechen äh sorry das ist alles für Leute ich nicht benutzen deutsch für lange Zeit aber ich nur erinnere deutsch die regionen das ist interessant das ist habe nicht nicht vergessen und ich sprechen können äh 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 ich vergessen ich vergessen gute nacht gute nacht ja das ist auf deutsch ist auf deutsch aber nicht aber deutsch aber deutsch deutsch sprechen sie deutsch deutsch ist was was ist auf deutsch auf deutsch aus ich bin nicht gängig auf Wiedersehen des auf Wiedersehen ja auf Wiedersehen auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020